Tipp Nummer 18. Solltest du eine starke Schwellung haben, trotz viel schon, vermeide stehen und sitzen, weil mit der Schwerkraft die ganze Flüssigkeit im Bein natürlich unten bleibt, ohne Muskelaktivität. Und was eher geeignet sind, liegen mit dem Bein über die Herzhöhe oder laufen mit einer kontrollierten, guten Muskelanspannung. Ohne kontrollierte, gute Muskelanspannung sollte man langes Laufen auch erstmal vermeiden.